Willkommen bei NLV mit dem LG Optimus L7 Telefon hier im kompletten Test. Wir haben hier auch noch ein NFC Tag von LG dazu bekommen, weil das einer der besonderen Erheiten ist an diesem L7 Telefon, was sich auf den ersten Anblick so ausgibt wie ein Samsung Galaxy S2. Es ist aber ungefähr halb so teuer und wir haben NFC integriert. Das heißt, ihr könnt das Handy einfach irgendwo dran halten, wo ein NFC Tag dran ist, zum Beispiel neu im Auto und wenn ihr es dran haltet, dann geht automatisch Bluetooth an oder je nachdem was ihr eingestellt habt, damit man dann zum Beispiel Sachen einfach wirklich einfach aktivieren kann, ohne dass man hier oben etwas auswählen muss. NFC mache ich auch gleich mal an und dann kommen wir auch gleich dazu. Aber zuerst hier, wie ihr sehen könnt, es ist Ice Game Sandwich installiert mit einer speziellen Oberfläche von LG. Es läuft aber wirklich super schnell, auch was alles andere angeht. Wenn man die Kamera allerdings ein bisschen aus hatte und dann wieder anmacht, wird man merken, das läuft dann wieder ein bisschen langsamer und wir können hier unendlich rumgehen, obwohl es eigentlich nur zwei Fenster sind unten, wie ihr sehen könnt. Hier unten, da ist so ein kleiner Slider und wir haben anscheinend auch gerade eine E-Mail bekommen oder zwei und ja, das läuft wirklich sehr gut und wenn ich jetzt auf diesen LG Tag gehe, kann ich auswählen, in welchem, also wo ich zum Beispiel meinen Tag hingelegt habe oder ich mache einen komplett neuen Tag, ich muss mich, also jeder Tag hat eine andere ID, kann es einfach dran halten, dann vibriert es kurz, cleared und ja, ich weiß gar nicht, wo, Tab Tag to Clear. Okay, genau und dann wird dieser Tag gelöscht und man kann sich ein neues, komplett neues Tag aussuchen, zum Beispiel, ich will das Bluetooth angeht und Musik, wenn ich hier in der Nähe von diesem Tag bin, genau, habt ihr gesehen, da stand Write on Tag und dann, wenn ich hier rausgehe und oben steht, es ist NFC an, da steht es auch noch mal in der Leiste drin, dann, wenn ich jetzt gerade, sagen wir mal, in der Galerie drin bin, wo ein paar Bilder und Videos drin sein müssten, die wir jetzt schon geschossen haben mit der Kamera, genau, zum Beispiel hier von einem See und ja, ich komme jetzt ins Auto und ich möchte mir meine Bilder nicht mehr anschauen, aber das Handy ist aus, dann halte ich den Tag einfach dran und es passiert nichts, ja, vielleicht muss ich das Handy auch anhaben und unlockt, genau, dann vibriert es kurz und schon geht Car Mode on, steht zumindest hier und es wird Musik angemacht, ich glaube Musik habe ich nicht installiert, aber und Bluetooth auch, no songs to play leider, aber wie ihr seht, Bluetooth ist auch angemacht worden und hier kann ich dann Car Modus aktivieren und deaktivieren, ich muss meinen Tag nicht unbedingt nochmal dran halten, also das funktioniert wirklich super genial, man muss das Handy allerdings anhaben, wie wir jetzt gelernt haben, ansonsten, dadurch, dass wir jetzt WLAN schon mal haben, dann kann ich hier einfach mal auf die YouTube App gehen oder noch besser, ich gehe auf die Google Maps App und zeige euch, wie sich das Display hier verhält von den Seitenverhältnissen, wie schnell das Gerät eigentlich ist, mit dem, ich glaube, Dual-Core Prozessor und, ja, wie ihr merkt, wir sind im WLAN, dauert trotzdem ein bisschen, bis das Ganze hier aufgerufen wird, mit VDSL übrigens, aber ansonsten, recht ruckelfrei, hohe Auflösung, das Display ist auch hell genug und, ja, vor allem finde ich gut, dass es hier vorne diese An-Taste gibt, denn mir wäre das Gerät zu groß, um immer oben den Anschalter zu drücken, deswegen kann man hier vorne einfach draufdrücken und dann geht man entweder nach rechts oder ich glaube, ja, nach links geht gar nicht, also man kann wirklich immer nur anlocken und nicht direkt in die Kamera-App oder so gehen, also das ist eigentlich ein gar nicht mal so schlechtes Handy von LG, vor allem, wenn man den Preis betrachtet. Mein großer Nachteil wäre hier, man kann keine HD-Videos aufnehmen, 5-Meer-Pistel-Kamera mit Blitz, aber sie kann kein 27p. Vorne haben wir auch eine Kamera und ich werde jetzt mal beide kurz demonstrieren von der Geschwindigkeit, damit man das mal sieht und, ja, dann sieht man auch schon hier Fotos, kann man natürlich wunderbar schießen, das Display ist auch sehr gut, was den Betrachtungswinkel angeht, zumindest seitlich, wenn ich jetzt hier auf Video wechsle, dann werdet ihr auch sehen, es steht leider nur WGA zur Verfügung, also hier kann man auch wirklich kein HD-Video aufnehmen, allerdings, wie ihr schon vorhin gesehen habt, hier sind ein paar Sample-Bilder, die schauen dann wirklich sehr gut aus, natürlich muss man es ein bisschen scharf halten. Im Club habe ich auch probiert, ja, bei ein bisschen Nebel muss man die Kamera sehr still halten und dann wird es auch scharf, da kann man es wunderbar lesen mit dem Blitz und ja, ansonsten wird es so dunkel, wenn man es nicht mit Blitz macht und draußen auch gestochen scharf eigentlich, die 5-Meer-Pixel-Bilder, kann man sich nicht beschweren. So, natürlich auch wichtige Sache ist Tastatur und, ja, hier haben wir leider kein Swipe von LG, allerdings kann man trotzdem schön schnell schreiben, denn wir haben Word Prediction zum Beispiel, also ich kann Endevil schnell schreiben, genau, hallo, kann man auch gleich Halloween auswählen, wenn ich jetzt Space drücken würde, würde Halloween kommen, weil das blau angezeigt war, aber natürlich lernt er dazu, wir können verschiedene Sprachen auswählen, wir haben jetzt die Option gerade zwischen Deutsch und Englisch, aber das geht natürlich noch weiter, ähm, ja, also Tastatur ist nicht schlecht, Kamera ist nicht schlecht, das Display ist auf jeden Fall nicht schlecht und bei der Kamera habe ich jetzt gar nicht gezeigt, wie die Frontkamera ausschaut, habe ich ganz vergessen, hier oben einfach kurz drücken und dann seht ihr unsere pinke Casio XLim ZR20, die gerade in Full HD aufnimmt, ähm, vorübergehend und meine zertausten Haare, weil ich vorhin in der Dusche war, ähm, ja, viel mehr brauchen wir euch, glaube ich, gar nicht zeigen, NFC ist genial, Ice Cream Sandwich ist auch wunderschön, auf dem LG Optimus L7 und Android an sich kennt man ja, Tastatur läuft auch wunderbar und es ist auch relativ schnell, hin und wieder gibt es kleine Ruckler, aber für 200 Euro ungefähr ist das ein Must-Buy eigentlich fast schon für Leute, die bis jetzt kein Smartphone haben wollten, weil das Gerät kann eigentlich alles, bis auf Full HD-Videos aufnehmen oder HD-Videos aufnehmen, was man nicht unbedingt benötigt, dafür hat man Kompaktkameras bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balaschgeal, das war EndevilleTV und Techfocus.de findet ihr den kompletten Test nochmal schriftlich und ausführlich mit den Beispielbildern und, äh, oder nicht HD-Videos, VGA-Videos, die wir aufgenommen haben bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt